Das heißt Leute, wenn ihr euch fragt, was ist das, dann würde ich mal sagen, ist das ein Protokoll, und zwar eines Scharfschützen, oder irgendwas in der Artstand zumindest. Und zwar habe ich hier ein kleines Lager gefunden, ich musste nämlich nochmal das ganze, die ganze Uni bisher spielen. Habe mir jetzt schon mal den Feuer, äh, den Feuerwerfer, ja, den Flammenwerfer wieder besorgt. Und, ja, das ganz kurze Stück können wir ja noch gemeinsam machen, ich weiß ja inzwischen, wo was ist, und wo nichts ist, so, na gut, bleib mal, oh, also ne, doch. Was sie von ihrem Leben wollen? Na komm! Das macht Spaß. Ja, macht es. Hier oben war ja gar nichts, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass wir hier waren. Ich bleib bei Kalos. Ich hasse den Namen. Ich mag ihn. Ich würde fast sagen, hm, na doch, nehmen wir mal so. Und da, na ja, Bogen oder Flammenwerfer, ich... Ich werde mal, hm, ich werde mal hier auf den Bogen wechseln. Gut, das lohnt sich auf jeden Fall. Da ist mir das Band noch ein bisschen zu teuer. Ja, das brauchen wir eigentlich gerade nicht. Das auch, so. Gut. So, dann ab dieser Stelle ist wieder neu. Ich hoffe, ich bin diese Folge nicht wie letzte Folge viel zu leise. Sollte allerdings nicht passieren. Ich gehe mal ein Stückchen näher ans Mikrofon ran. Jetzt soll das auf gar keinen Fall passieren. So. Hier ist nichts. Alles klar. Kann uns das Pferd die Tür aufmachen? Ne. Das müssen wir schon selber machen. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich bin schon da. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Es klingt nach einigen Runnern. Also nach richtig, richtig vielen Runnern. Das sieht mir ja zusammengepfuscht aus. Kein Saft. Natürlich. Ich will nur mal den Strom einzuschalten. So. Wandtafelnotiz. Wir müssen die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Das ist natürlich blöd. Ja, ja, ja. Verdammt. Ich habe gerade Nachos gegessen. Und jetzt picken wir ständig diese Reste zwischen den Zähnen. Das ist ziemlich kacke. Die Sache ist Moment. Runner sind die, die noch sehen können, oder? Ja, weil nur Kicker und Bloater können nicht mehr sehen. Aber das gibt nichts. Das ist ein Satz. Das ist wirklich kas. Ich noch nicht dran. 3 verdammt. Da ist einer. Ich werde mal versuchen, trotzdem von der anderen Seite vorzugehen. Oh, ja, Runner können das sehen natürlich, wenn die noch sehen können, also man sollte wirklich nur die Taschenlampe bei Klickern eingeschaltet haben, ich hoffe es ist für euch nicht zu dunkel, ich zumindest sehe noch einiges und ich habe es fast genauso hell wie ihr im Normalfall. Ah, die Sache ist jetzt, ob wir da mal einmal ordentlich reinheizen sollen mit dem Flammenwerfer, aber ich meine, wir haben den da bekommen, gell? Ah, verdammt ihr Penner! Penner! Sterbt! So, Penner! Oh! Oh! Sehr geil! Sehr cool! Flammenwerfer! Top! Top! Okay! Schaut, Muni! So, wenn da jetzt nicht alle schon längst irgendwie alarmiert wurden, dann weiß ich auch nicht. Moment. Achso, das ist so quasi für die Schleichmethode. Gut, im Normalfall bin ich auch eher auf Schleichen, aber irgendwie in den Last of Us ist mir Schleichen ein bisschen zu hart. Also Hitman, Dishonored, das geht. Auch die alten Hitman-Teile, aber das hier schleichend spielen, es ist meiner Meinung nach nicht so ein Spiel, was man wirklich schleichend spielen müsste. So, die Sache ist, wenn ich jetzt den Generator einschalte, kommen wahrscheinlich noch mehr, eventuell auch wie damals im Hotel ein Bloater und Klicker und was weiß ich. Deshalb schaue ich mich hier nochmal gründlich um. Naja, ich glaube, Bastionaut zu sein. Und hier hat doch gerade irgendwas geklickt. Achso, das war sie. Boah, das war Ellie. So. Ah, wieder dieses Spiel, das haben wir ja schon ewig nicht mehr gespielt. Oh. So, und... Vollgas! So, jetzt lass bitte nichts ankommen. Bitte. Moment, da ist doch noch was, da blinkt doch noch was. Ich seh's doch. Okay, das war nur dieses ganz normale Teil, was da blinkt. So. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Warte. Haha. Verdammt, der sinkt doch nicht. Scheiße. Ho, ho. Sehr lustig. Bin gleich wieder da. Ich warte. Rutsch mal. So. Und vorwärts. Okay. Hä, was ist das für ekelhaftes Zeug? Ach so, das Wasser. Ah, ich dachte schon. Was ist das für ein ekelhafter Schlotter? Ah, wenn hier nichts versteckt ist, dann wird es tatsächlich nichts versteckt zu sein. Moment. Na, 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 so schnell gebe ich nicht auf. Da oben ist doch garantiert irgendwas. Ja. Ob Pillen. Na, habe ich es mir doch schon fast gedacht. Bezüglich Pillen schauen wir immer noch schlecht aus, ja. Lauschmodus Distanz. Mh. Puh. Ja. Gut. Ich meine auf 100 zu sparen. Ich war noch nie ein sehr sparsamer Mensch in keiner Hinsicht. Weder mit mit Geld noch mit Zuversicht. Ach so, nein. Ja, ich war, ich war, ich bin eigentlich in allen Hinsichten extrem. So. Ja. Äh, sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Infizierte Affen. Heilige Scheiße, wir sind am Planeten Affen gelandet. Soll mich das jetzt be- oder entmutigen, dass die, äh, beruhigen oder nicht beruhigen, dass die da jetzt weglaufen, weil das könnte heißen, dass irgendwas Böses in der Nähe ist. Weil Tiere haben da ja immer so ein bisschen, ein bisschen besseres Gespür als wir Menschen. Aber ich glaub, die scheinen wirklich vor uns wegzulaufen, oder? Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Ja gut, woher soll sie Affen denn auch kennen? Schau mal erst mal, ob's über den Haupteingang möglich ist. Schaut mir nicht danach aus, muss ich ehrlich sagen. Aber, ich mein, absteigen kostet ja nichts, außer vielleicht ein paar Sekunden. Nö, ist natürlich nicht möglich. So. Futsch doch mal. So. So. Da hinten ist noch was. Ich schau mich jetzt hier noch mal... Ah, Moment, da ist doch was, oder? Dieses Brett können wir doch sicher gut... Ah, ne. Haben wir jetzt eine Machete, oder? Ne, ich glaub, ich hab die Machete gar nicht genommen. Haha. Immerhin wisst ihr, wo sie ist. Und das ist mir das Wichtigste. Ich werd sicher eh noch einmal durchspielen. Für mich ganz alleine dann. Ellie mit ihrem Pfeifen und... Man kann es lieben, man kann es aber auch hassen wie die Pest. Ich weiß nicht, ob es mich beruhigen soll, dass hier nichts ist. Wie gesagt, das ist immer so... ein zweischneidiges Schwert. Ah, hier... Ah, hier sind ein paar Sachen. Das ist doch gut. Hier hinten auch. Einzelteile. Oh. Ist hier was drin? Nö. Schade. Da. Ja. Hier ist auch noch was. Medikit-Verbesser. Jetzt sind Medikits stärker. Um 33% stand da gerade. Oh, und 10 Pillen. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Da ist auch irgendwas. Nochmal 10 Pillen. Oh, ich glaub, ich werd jetzt auf 100 sparen. Weil ich glaub, wenn man sich hier wirklich gut umschaut, sind die Pillen gar nicht mal so schwer zu bekommen. Wenn man halt wirklich sich genau umschaut oder nach Komplettlösung spielt. Aber zweiteres mach ich nicht. Jetzt wollte ich grad sagen, leider nicht. Naja. Es hat sicher auch Vorteile, aber es ist halt nicht mehr so spaßig meiner Meinung nach. So. Gut. Die Frage ist jetzt... Gab's dort hinten einen Weg, oder ist das der einzige? Schauen wir mal kurz. Ne, hier geht's auch. So. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Hm. Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja. Vielleicht. Ich würd sogar sagen, das ist nicht nur vielleicht so, das ist ganz sicher so. Weil das... Die beobachten uns garantiert schon die ganze Zeit. Ja. Fireflies. Wie ist das? Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Ich glaub, das sollte mich eher beunruhigen, oder? Kann man da rein? Gott sei Dank nicht. Puh. So, Elli. Warte mal kurz. Hm. Schaut aber, muss ich doch ehrlich mal sagen, doch sehr ruhig aus. Da drinnen. Da kommen wir nicht rein. Das ist eines der wenigen Sachen. In der Last of Us. Man kommt dann wirklich sehr wenig Dinger rein. Zum Beispiel da würde man noch locker reinkommen. Aufmachen und über die Brüstung gehen. Aber naja. Pass gut auf. Du auch. Scheint aber zumindest nichts Bösartiges zu sein. Oh, hier ist was. Was ist denn das? Eine UEC Campus... Ah, nein, nein. Der Plan. Der Campusplan. Hm. Wo sind wir? Steht das da? Hier muss beam barricades. Oh, ich weiß wo wir jetzt sind. Wir sind dort... Seht ihr das, wo da steht, getting slammed here must beef up barricades? Und der Pfeil geht dann ja wohin? Und dort in etwa sind wir jetzt. Etwas darunter. Zwischen T2 und B1 oder irgendwo so. Na, keine Ahnung. An der rechten oberen Ecke, wo Main Campus steht. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Hä? Verbindung und Akku. Das ist jetzt scheiße. Sekunde. Ich muss mal meinen Controller anstecken. Ganz live im Let's Play. Eine Sekunde. So. So. So, jetzt kommt schon endlich... Ich will weiter zocken und nicht... Jetzt sag nicht, ich hab... Der Lars sowas beendet. Tut mir außerordentlich leid, aber ich würde sagen, an dieser Stelle endet dieser Part. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß, der ist etwas kürzer geworden. Aber beim nächsten Mal gibt's dafür umso länger. 30 bis 40 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.